Leute, ich hoffe, es kann passieren, wenn ich das Inventar öffne. Und... Seht ihr das? Effizienz 5 Axt. Ich habe hier eine Effizienz 5 Axt, nicht eine Red Axt. Effizienz 5. 7 Angriffsschaden und eine Effizienz 5. Ich würde sagen, 6 Angriffsschaden. Ich habe jetzt hier die Achsen in der Hand. Und jetzt passt mal auf, Leute. Das passt mal auf. Ich ging so ein Schaf. Ich brauche nicht mal Crit beim Schaf. Ich habe es gerade über ausprobiert. Ich brauche da nicht Crit. Wie sieht es hier aus? Ne. Der reicht ein Schaf nicht aus. Ist es irgendwie... Ich habe Schaf gehört. Das ist die stärkste Axt, die ich je hatte. Bei Krippen war jetzt Spring und Schlag. Aber... Mit dem Schaf suche. Ich weiß nicht, wie ein Schaf ist. Töpfler ist eins. Ja, gucke. Ich springe nicht. Ich stehe vor. Einschlag. Einschlag. Tot. Hier. Einschlag. Tot. Holz. Oder hier holz. Ein Schlag. Ein Schlag. Doch, es wird schon auch. Gott, zwar. Schwein hat mehr Leben als Schaf. Aber... Tot. Tot. Ich brauche nur einen Klick machen wir sowas. Kuh. Okay, hier brauche ich zwei Schläge. Aber... Das war ein Kritt. Genau das hier. Das ist ein Kritt. Einschlag. Händler. Bitte? Händler. Einschlag. Schiff. Ich glaube, das war die, die ich schon angeschlagen hab. Ja. Warte, drei Schläger schon. Hier ein Schwein. Eins. Ein, Crit OneHat. Ein, Crit OneHat. Kuh, komm mal hier. Zack, Zack, Zack. Zack, Zack, Zack. Abgebaut. Zack, 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 Zack. Vielen Dank. Sie ist scharf, ne? Ich klicke jetzt mit meiner Maus. Ein Schock. Ich schwind die Maus auch. Ich kann nicht die Maus zwitschen. Ein Schock. Rück ist es. Übrigens, falls ich mir nicht glaub, dass es die Maus ist. Hier ist die Maus. Hier ist die Maus. Guck dir. Hier ist die Maus. Hier ist das Band. Hier ist das Band. Warte, ich stehe vor dem Dorf. Eine Maus. Eine Maus. Hier ist die Maus. so weiter ja ich weiß natürlich das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.